3, 2, 1, Elkemeh! Ich hab noch einen! Ach ne! Schieb ihn zu mir! Schieb ihn zu mir! Nein! Was soll ich jetzt hassen? Schatz! Ja, was ist das? Ja! Der kann dich vorne nicht mehr anheben, das ist zu hoch mittlerweile, verboten! Ah, säg dich langsam so hoch! Wer auf die Reifen, wer auf die Reifen! Kann er sich noch bewegen? Ich würde sagen, der ist bewegungsunfähig! Sieg! Kann ich mehr! Alles klar!